Für uns der Vorteil ist natürlich, dass wir den Fonds gestartet haben in den Auslaufen des Jahres und somit diese Phase nutzen könnten, um den Fonds aufzulegen und dann zu dem reduzierten Level zu investieren. Herzlich willkommen beim großen Finale von der vierten Staffel von Future Fundstars, bei der ich ganz herzlich Marco Grassmann von Alphastar Fonds begrüßen darf. Hallo, herzlich willkommen hier aus Mannheim. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben ein schwieriges vergangenes Jahr vor allem für Nebenwerte gesehen. Du hast einen Nebenwerte-Fonds. Insofern blicken wir mal zurück. Wie war das vergangene Jahr und wie bist du eben mit dieser schwierigen Situation bei Nebenwerten umgegangen? Ja, in der Tat, das letzte Jahr war wirklich sehr herausfordernd, insbesondere für die kleinen kapitalisierten Werte, in die wir investieren, also die Small Caps. Die besonders gelitten haben, was auch typisch ist für so eine Phase, dass die großen Werte sich besser halten als die kleinen. Für uns der Vorteil ist natürlich, dass wir den Fonds gestartet haben in den Auslaufen des Jahres und somit diese Phase nutzen könnten, um den Fonds halt aufzulegen und dann zu dem reduzierten Level zu investieren. Insofern ein guter Start möglicherweise, um eben diesen berühmten Rebound, den man häufig bei Nebenwerten sieht, mitzunehmen. Ist das so, dein Blick auch für das Laufen, dass man eben wieder was Positives von Nebenwerten erwarten darf? Ja, absolut. Also wir sind dort sehr optimistisch und sehen das über einen Rebound hinaus, sondern glauben, dass insbesondere für die Unternehmen, die wir uns anschauen, die Gewinnentwicklungsvoraussetzungen sehr gut sind. Wir glauben, dass ein guter Zyklus jetzt folgt, was die Gewinnerwartung dort angeht. Und da ist dann dieses reduzierte Preislevel, was ich vorhin meinte, ja eher hilfreich, um zu günstigen Preisen zu investieren und hoffentlich mit natürlich einer besseren Rendite nach vorn, als wir sie nach hinten gesehen haben. Jetzt investierst du in Europa, hast da vor allem einen Fokus auf Top-Unternehmen aus dem Mittelstand, eben auch aus dem Nebenwertebereich. Wie covert man alleine den kompletten europäischen Nebenwertemarkt? Ist das ein bisschen schwierig, dass man das alleine macht oder wie bewerkstelligst du das? Ja, in der Tat. Also das Universum ist sehr groß. Wir haben über 5000 Werte in Europa. Im Vergleich, Deutschland hat ein bisschen mehr als 1000 Aktien, also ein sehr großes Universum. Und es wäre eigentlich nicht möglich, das erstmal allein zu covern und auch nicht mit einem Team von zwei, drei Leuten. Dafür ist das Universum zu groß. Was wir machen mit unserem Qualitätsansatz, wir fokussieren uns auf einen Teil dieser Werte nur. Und da gehen wir natürlich auf die höchste Qualität bei diesem Qualitätsansatz. Und damit fallen viele Geschäftsmodelle, viele Aktien für uns halt schon mal weg. Und das macht dieses Universum dann beherrschbar. Und wenn wir ins aktuelle Portfolio schauen, dann ist ja viel passiert seit Jahresstaat, eben viele Krisen, viele Herausforderungen. Auch wie ist das Portfolio aktuell aufgestellt? Ja, wir sind sehr stark exponiert bei digitalen Geschäftsmodellen, Softwareunternehmen, Medizintechnikunternehmen, also Firmen, die einen strukturell wachsenden Markt bedienen. Dadurch haben wir auch nicht oder weniger dieses Konjunkturproblem, weil einfach die strukturellen Trends, die unseren Unternehmen unterliegen, sehr stark sind und das überlagern, was die Konjunktur im Moment an Gegenwind bietet. Und dafür fühlen wir uns recht wohl, dass eigentlich die Konjunktur, der Konjunkturabschwung, wenn wir ihn dann sehen und je nachdem, in welcher Stärke wir ihn sehen, auf unsere Unternehmen einen geringeren Einfluss hat als beispielsweise auf den Markt insgesamt. Insofern unabhängig vom konjunkturellen Gegenwind investieren mit europäischen Topunternehmen im Fokus, sagt Marco Grasma von Alphastar. Vielen Dank für deine Einblicke. Ja, besten Dank.